In der Liste liegt das Geld und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, denn es ist wirklich essentiell wichtig für jeden Webseitenbetreiber, Shopbetreiber, E-Mail-Marketing zu beherrschen. Mir ging es genauso. Ich habe E-Mails geschrieben und habe mich gewundert, warum die Öffnungsrate zu niedrig ist, warum keine Verkäufe stattfinden. Sprich, ich habe Morsch E-Mail-Marketing versemmelt. Ich habe einfach nur die Texte kopiert und so weiter und so fort, habe gar keinen eigenen Stil gehabt und das ist eben einfach unabdingbar, dass du deinen eigenen Stil entwickelst, um deine Kunden eben auf dich zugeschnitten Vertrauen aufzubauen. Diesen Fehler habe ich am Anfang auch gemacht, bis ich von meinem Coach und Mentor die sieben E-Mail-Marketing-Hacks bekommen habe. Seitdem ich diese sieben Marketing-Hacks anwende, ich zeige es dir hier, gehen meine E-Mails durch die Decke, die Öffnungsrate ist super, die Verkäufe steigern sich peu a peu. Es ist einfach unglaublich, was mein Coach und Mentor Ralf Schmitz hier wieder mal aus dem Hut gezaubert hat und das allererstaunlichste ist eben, dass das ganze lächerliche Schlappe 1 Euro kostet und das sollte es wirklich in der Tat jedem wert sein, der E-Mail-Marketing beherrschen will, der es lernen will, der neue Tipps, Tricks an die Hand bekommen möchte und deshalb empfehle ich dir von Herzen die Hacks von meinem Coach und Mentor, dem Ralf Schmitz. Du klickst einfach unter diesem Video auf den Link, auf den Button und dann gelangst du hier auf diese Seite und dann kannst du hier sofort bestellen und bekommst für Schlepper einen Euro die besten Hacks mit an die Hand, sodass dein E-Mail-Marketing durch die Decke gehen wird und du wirst es lernen und du wirst es definitiv nicht bereuen. Klick jetzt hier unter dem Video auf den Link, abonnier meinen Kanal, stell vor allen Dingen die Glocke an, damit du kein Video mehr von mir verpasst, denn das ist eine absolute Empfehlung und ich empfehle dir nur etwas, wo ich auch wirklich dahinter stehe. Das ist kein Morscher Verkauf, sondern das ist einfach eine Hilfestellung, ein Rat von mir persönlich, denn ich würde dir nichts empfehlen, was nicht wirklich gut wäre. In diesem Sinne freue ich mich auch über einen Kommentar, über einen Daumen hoch und gerne auch darfst du dir Themen aussuchen, über was ich dir demnächst eine Empfehlung an die Hand geben möchte. In diesem Sinne, ich bin der Carsten Feuerbach, schwer in Ordnung und in diesem Sinne, hau rein, klick jetzt auf den Button und sofort bestellen. In diesem Sinne, bis dann, ciao, dein Carsten.